und damit ein herzliches willkommen bei uns auf dem kanal ihr lieben wir spielen heute den neuesten brecher von emika games und zwar father's day bei mir ist der sensationelle der vater der väter der urvater der urvater dessen vater vom vater kam wird für eine beschissene nummer ist das der benni ein scheiß ja so das ist halt wenn man wenn man ansagen scriptet kommt so ein bullshit bei uns nicht so und damit labern wie lange rum father's day starten new game na toll wir sind mittendrin statt nur dabei okay cool und das war schon ein dunkler garten ach so ja apropos dunkel da sagst du was bei mir ist es ja immer extrem dunkel ich modell mal kurz für mich um jetzt müssen wir einfach richtung okay also wir werden einfach reingeschmissen oder wie ich würde sagen let's go to the door ich sehe halt nichts die tür ist also drumherum ist auch komplett finster bei mir man sieht nur die war genau und die rote tür und das einzige was ich jetzt noch wahrnehme ist meine steps ich gehöre noch viel plätscher nebenbei genau das muss so also ich würde auch niemals so langsam schlendern irgendwie wenn ich so mit im fliegt hier hmmm alterna toll father's day okay what makes people go back to the past why can't i let him go and move on parental home first day at family picnic go on to the city fair with a child there's one memory but only if you're happy now if not then these memories tear your soul apart and do not let go to go back you can dare be happy again but you can't how to fix one fatal mistake that change your world fragezeichen ja was haben wir denn was haben wir denn verkackt ich weiß es nicht phil 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 you have to nein wir sind phil dunphy ja ich weiß auch gerade sagen er kennt alle alle texte aus heißgemüse und alles lol laughing not loud okay act 1 the past cannot be changed free the future okay wir waschen wir ab sind wir auf toilette was holen wir da ich weiß es nicht hände waschen desinfizieren keine ahnung hygienekonzept oh ja sollte man auch mal ein bisschen cool gemacht schöne präsentation aber was haben wir ach der scheiße haben wir schon wieder blutige hände gehabt i don't know alter ist das finster oh gott hier warte warte steven für dich guck mal wir machen einfach mal smooth with the radar wir zu erst mal ein schaumbad wie es sich gehört für so ein horror game oh moment mal moment mal guck mal kurz zurück das ist doch pt aber das ist eine original pt ecke das ist hier also ich habe ja pt gespielt ne das ist ja einer unserer ersten let's plays die wir hier auf unserem kanal auch haben ihr wisst was jetzt kommt plop also ich denke wenn ich die ecke sehe wird irgendjemand irgendjemand verklagen ja okay also weil das ist ja nun wirklich fast original aus pt raus gezogen aber gut ey ist okay ist cool also eigentlich nicht weil das verheißt nichts gutes sind wir hier oh ist aber ein netter flur warte mal können wir hier kurz an die pinwand mal schauen ein raumarsch ja vielleicht ein raumarsch richtig der junger missing child emica games ah die polize are looking for the boy he didn't come home from a walk name jjh 10 years old high 51 body type average build eye color gray last scene monday june 19.2000 äh call center please ja und so weiter okay haben wir sonst noch was schönes hier zum durchlesen oder einfach nur also überall hier missing child ey guck dir das mal an ist ja äh sieht nicht gut aus okay an die räume kommen wir nicht city sans areas gss j LS okay okay es ist ja oh muہ ok ich wollte mal drücken 서비ern Passiert bei uns was? Nö, bei uns passiert nichts. Ich kann auch übrigens mal wieder supergut sprinten. Nämlich gar nicht. Es gibt nur diese, also ich drücke Shift und es verändert sich gar nichts dabei. Flotter, flotter, dahin. Oh, guck mal hier, die wunderschönen Bilder. Ein Traum. Tatsächlich finde ich den Rahmen ganz geil eigentlich. Welchen? Den linken. Ach, den? Also, das ist mal so ein bisschen was anderes. Das war ein bisschen, also das Bild drin ist halt, ne, aber... Okay. Oh, wir haben 17, 52. Ich kann mir so ein schön so ein Schwert drin vorstellen. LOL. Schau mal auf deine Uhrzeit. Nein, ach echt, das ist ja fies. So, wir spielen das Spiel umher mit der Nacht. Genau, ja. Der Mann, der sechs Jahre altes Jahr geliebt, wurde bei den lokalen Residenen gefunden. Er wurde in einem verabschiedet, in einem Haus außerhalb der Stadt, nahe dem Park. According to the boy, he was kidnapped by a man dressed as a clown. Hm, was für Penny. When he was on a holiday with his father. Schön. Wurde von einem Clown entführt, also auch toll. Wunderbar. Ja, ist ein... Okay. 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 Cool, 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 cool. Hätte ich auch gerne sowas. Was sowas? Ja, einfach so ein Schrank, also halt so ein Abstellkamera-Schrank, Dingsbums. Oh, ne Lampe. Alter, hab ich's denn das für ein Teil. Jawoll. Da ist schon die ganzen Clown-Emojis hier los. Oh, ne ey, nicht die Clowns. Hör doch auf, macht nicht sowas. Okay, also... Was? Welche Tür öffnet sich da? Warum kann ich diese Tür nicht mehr öffnen? Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Jaaa, genau. Aber ich denke nicht, dass das jetzt hier so ein PT-Ding wird. War da vorhin auch schon ne Tür, oder hab ich die einfach... Die war zu, die war zu. Ne, da war keine Tür. Stimmt, da war keine Tür. There is no time to be distracted. You need to continue working on the project. Was ist denn ein Projekt? Weiß ich nicht. Was haben wir denn für ein nettes Projekt hier? Das ist doch so ein Dave-Killer. Was ist denn so ein Dave-Killer? Hä? Ach, ein Stargate. Geil, wir haben ein Stargate. Schön. Okay. Was ist... Hä? Mann, hör doch auf. Ich spreche auf. Ah, ne Time-Maschine. Na klar. Und ich bin fast zu... Okay, jetzt machen wir hier... Wollen wir... Sollen wir die jetzt hier reparieren, oder was? Oder im Betrieb nehmen? Da kann ich jetzt nur eins sagen. Grundgütiger. Marty! Need to pick up. The Order. Was für ne Order. Den Befehl. Los. Den Befehl. Ja, aber... Wo soll denn die Order sein? Ähm... Vielleicht... Ähm... Da. Inner... Der Ordner auf dem Schreibtisch. Achso. Ja, aber ich hab doch hier gerade... Anstarr? Auf dem Rechner? Können wir auf dem Rechner? Vielleicht halt das so digital. Wir haben es ja nicht mehr in haptischer Form. Sondern nur digital. Wir gucken uns erstmal ein paar Bilder. Ja. Hm... My dear son. We will be together soon. Oh, okay. Aber klar. Wahrscheinlich wird irgendwas mit dem... Sohn passiert sein. For my son. Ja, und? Äh... Achso, ich kann... Achso! Ich dachte ich kann den Brief aufmachen. Konntest du den drehen? Ne. Ich hab jetzt auch gerade versucht noch hier irgendwie. Aber ich kann... Nö? 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 Dismissed. 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 So, dann können wir ja nur noch gucken gehen, ob wir hier ne Order, äh... hier oben noch finden. Oh, wer stresst denn da? Weiß ich nicht. Sorry. Ey, tatsächlich hat... Ein Kumpel von mir hat... Hat ein... Ein... Ich möchte mal vorsichtig... Paketlieferanten... Der so geklingelt hat. Bei ihm. Dismissed. Wart machst du denn da, wenn du dich aufmachst? Nö, ich würd den erstmal zur Sau machen. Oje... What is in the box?! What is in the fucking box?! Hohoh, guck mal. Da ist ein Brief. Kannst dich noch bei Amica Games an... an Summer of 58 erinnern? Dein Brieffreund? Nö, pass auf, der wird den da hin... Ne... Wer hat den nicht erreicht. Und ist beim Nachbarn abbiegen, bro. Alter hör doch auf... Was war denn das? Kann ich das... Ne, kann ich nicht... Jetzt kann ich den Brief nicht aufnehmen. Ach, wir können das Paket nicht ablegen. Ich kann das nicht ablegen, nee. Ich kann auch nicht mal die Tür zumachen, ja? Also, ich, also... Wird überbewertet. Wird überbewertet. Okay, also nehmen wir jetzt unser Paket, gehen zu unserer wunderschönen Zeitmaschine, weil hier ist ja die Order wahrscheinlich drin. Glaub ich. Meinst du, die kommt jetzt mit der Post? Ich weiß es nicht. Dave ist auch mit dabei, guck mal. Dave, na siehst du, komm, jetzt darum irgendwie einen kleinen Folterkeller am Start zu haben, ist Dave am Start? Grüß dich! Der arme Dave, ey, da wird die ganze Zeit nur mit Folterkeller in Verbindung gebracht. Kommt ja unter. Dave wird halt immer in irgendwelche Szenarien reingeschossen. Warum bin ich jetzt hier irgendwie am Panger? Warum bin ich tot? Warum reden alle über Folterkeller? So, okay. Ich will mal nochmal ganz kurz zurückgehen. Ich will einfach nochmal gucken, ob wir die Briefe aufnehmen können da vorne, um... Wir sind ja neugierig, wie der Mensch so ist, ne? Und wollen dann einfach mal schauen, was so unsere Nachbarn für Post bekommen haben. Okay, ich weiß nicht, ob das gerade ein Fehler war, dass ich sage, ich möchte mir gerne diesen Brief da angucken. Alter. Alter. Meine Anwesenheit ist eine Folter. Kann man nie fragen. Ach komm, Dave, ich find's ja auch. Neee. Ist bestimmt so ein total netter Typ eigentlich nur. Ja, auf jeden Fall. Ein Kind hat disappeared. His Name ist JJ. Ja, das hatten wir doch schon. Blond her. Na ja, so ungefähr hatten wir das alles. 31 normal, normal gebaut. The family sold JJ for the last time in the morning when he wanted to play with friends. If you have any information, contact the police department in your city. Ja. Also anscheinend sind hier sehr viele Kinder verschwunden. Und... Clown. Hä? Ein Clown? Er hört auf mit den Clowns. Kann ich einfach hier? Guck mal, da ist Exit. Kann ich nicht hier? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück Richtung Zeitmaschine. Und schauen mal, weil wir haben in der Zeit... In der Kiste war irgendwie... Ich sag jetzt mal Kondensator, keine Ahnung, Batterie, irgendeine Fuse, die wir da eingebaut haben. Wo genau? Ach da. Guck hier, da rechts. Das Ding haben wir... Also einfach nochmal einen Netzstecker haben wir uns liefern lassen irgendwie. Weil die haben zwar eine Zeitmaschine gebraucht, haben aber keinen Stromanschluss mehr gehabt. Also von daher. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt einfach hier rein? Und sagen... Ist jetzt was passiert? Nee. Obwohl es ein bisschen blurry geworden ist, wo ich da drin schaue. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Die Treppe gehst du aber auch echt zügig runter. Ja, ich kann auch leider Gottes nicht wirklich schneller gehen, als das, was wir hier sehen. Deswegen nenne ich Benny O'Herrner im Spiel New Seem Bone. New Seem Benny. Ja, normalerweise bin ich ja der Erste, der wegrennt. Ach so, warte mal. Ich glaube, ich muss hier den... Also Stevie, wollen wir jetzt da die, äh... Holste Frage in den Chat. Wenn ihr... Ihr findet so ein Ding. Irgendwo. Es ist jetzt nicht euer Keller irgendwie. Ihr seht das Ding. Würdet ihr durchgehen? Ist nicht euer Keller. Er ist der Keller von Dave. Aber Dave geht selber nicht durch. Äh, lest doch mal die To-Dos, schreibt Kenny gerade. Hat er nicht Unrecht? Können wir auch kurz nochmal aufs Whiteboard schauen? Ja, wenn man da was erkennen könnte mit... Also ich kann nichts erkennen. Also da steht... Please send Nudes. Please send Nudes. Ich würde erstmal was reinwerfen. Das finde ich gut. Einfach so eine Dose oder so. Mal gucken, ob es wieder rauskommt. Wie hoch schreibt Never. Und Kenny sagt immer. Theoretisch, ne? Also kann alles passieren. Du liest durch. Du bist komplett dezidiert irgendwie. Dann bist du komplett weggeraustet. Aber du kannst auch irgendwo rauskommen und bist in einer Welt, die du nie vorher gesehen hast. Also der Reiz des Unbekannten quasi. Ja, das heißt, also du willst da durch jetzt, ja? Na, also ich würde jetzt nicht ausmachen und mich vom Fernseher setzen. Sagen wir mal so. Äh, okay. Na, können wir die Koordinaten machen. Ach du Shish Kebab, Alter. Boah, ist ja okay. Okay, okay, okay. Cool, cool, cool. Mach die Tür zu. Ist alles fein. Okay, schließ sie ab. Können wir nochmal hier auf... Ja... Och, Niconovicon. Schau mal da hinten drin. Wunderbar. Wenn du irgendwo rauskommst und gleich so ein Totenbuch siehst, läuft der Shit. Ja, genau. Können wir einfach wieder hier den Schalter nochmal betätigen und sagen, wir gehen wieder zurück? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Please don't kids try this at home. Wir gestorben? Oh nein, noch nicht. Sieht aus wie Mutis Tagebuch. Henry. Äh, 3 Uhr morgens. Okay. Dispatcher, Henry, look around this house. There is missing a child in the park nearby. We need any leads. Ja? Okay. Äh, hätten wir jetzt noch im Haus rumlaufen können, oder? Ne, wir kommen ja nicht mehr raus. Accepted. Also, wir so... Oh Gott. Nein! Fuck, I lost my flashlight. Ne, ist klar. Ja, super. Und wir haben hier so ein... So ein... Park. Ach, wir sind auch noch... Wir sind auch noch Polizisten. Oh, so wunderbar. Oh, guck mal, wir können ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schneller laufen. Nice. Läuft es bei dir sauber, Benny? Ja. Den ist gut. Können wir Riesenrad fahren? Bitte. Machen wir gleich, Jojo. Machen wir gleich. Ach nee, äh, Herr Junger. Ein Freizeitpark. Ich denke, dass... Das Emica wird, glaube ich, mit diesem Game extrem viele Emica Games miteinander verbinden. Habe ich... ganz große Befürchtung. Ich höre hier einen Schaukelstuhl, aber ich... sehe zwar einen Schaukelstuhl, aber er bewegt sich nicht. Ja, Steve's Facecam ruckelt wieder. Warum? Immer wieder mal, ja. I don't know. Ähm... Blau bewegt sich der? Am Anfang auch, aber es ist gar nicht schlimm. Special Effects. Ja, es sind Special Effects für den Screen. Krampy hier. Okay, also wir kommen in das Haus nicht rein und... Ja, toll, toll, toll. Also gut, wir gucken... Was war das? Okay, das war einfach nur... Ja, okay, okay, verstehe. Wir gucken uns dann einfach mal hier im Haus um. Oder am Haus. Am Trailer. Da ist irgendwas. Ja, leider soll ich irgendwas machen. Die leuchtet nicht umsonst so. Ja, Vatertag war auch mal los, ja. Wo ist der Böderwagen? Ja. Tatsächlich, äh, ich sag mal, äh, Vatertag saufen ja auch bloß die Anfänger. Ne? Who need to tie a ladder? Ja, also kannst du... Nimm dir da einfach mit. Ich hab mal festgeknotet. Achso. Da brauchen wir wahrscheinlich ein Messer oder irgendwas zum... Euro-Palette? Ja, haben wir irgendwo Euro-Palette schon gesehen? Herr Junge? Ja, klar. Was? Wo? Hier, da steht schon mal auf Euro-Paletten der... Okay, also da sag ich... Asyl-Euro-Palette, klar. Aber da find ich's ja noch sinnvoll. Irgendwie. Okay. Nicht im Wohnzimmer. Nicht im Wohnzimmer. Aber wir haben auch hier noch ein paar Euro-Paletten. Guck mal da. So ein bisschen verbaut im Boden. Ja, das geht. Das geht gar nicht. Ah. So, jetzt gucken wir mal. Können wir hier durch den Hintereingang rein oder so? I don't know. Hashtag hat 18. Hey, hört doch auf. Abundant... Na, Herr Junge hat's doch schon fast geschrieben. Seht doch, komm. Was? This is an already abandoned house. No one has lived here for a long time. Okay? Okay, take a look around. Gut, dann gucken wir uns mal hier rum. Das ist ein Altar. Ist ja gar nicht mal so... Hast du denn keine in deinem Wohngarten? Also, ich hab letztens meinen zweiten errichtet. Man tradiert ja heutzutage zum zweiten Altar. Oh, der Scheiße. Okay. Was auch immer. Viele, viele tolle Geräusche hier sind. Settel. Was? The best thing I can do is ask for your help. Help me. Get them back. Äh, okay. It doesn't work out. I'm only making it worse. She came to me. But not the same as before. She's angry. I disturbed their peace. I need to fix everything. Okay, okay. Toll, toll, toll. Die Infos bringen uns jetzt nicht so wirklich weiter. Aber gut, dann gehen wir zurück. Vielleicht können wir... Vielleicht können wir ja mit dem Riesenrad fahren. Ach, guck mal, da ist... Ach, ähm... Hm. Hm. Die Tür ist auf. Oh, warum muss denn immer so eine creepy Shit-Mucke da laufen? Someone's missing upstairs. We need to find a letter. Ach, wo kriegen wir jetzt bloß eine Leiter her? Hm. Ich dachte, wir müssen die erst mal freimachen. Ich würde gerne die Musik ausmachen. Ah, okay. Take. Ah, Matches. Oh, Pizza ist da ins, Janne. Oh Gott, ist ja viel zu dunkel. Also, okay. Gut, dann holen wir uns die... Leiter? Von dem... tollen Wohnwagen. Natürlich erst mal auf dem Dachboden, bis... Ja, genau. Bis wir die Kellerluke gefunden haben. Ah. Und die Riesen. Na, dann. Take the Matches and burn the Ropes. Und Gasoline. Ach, wo haben wir noch Gasoline, na klar. Also, wenn wir das Ding erst mal komplett mit Benzin überkippt haben, dann ist ja viel besser. Aber wo hast du hier, äh, äh, Gesseline gesehen? Also... Vielleicht irgendwo ein kleiner Kanister oder so. Aber wo? I don't know. Also, ich muss mal sagen, das Spiel läuft auch gerade da vorne. Äh, mega laggy hier irgendwie. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ah. Mach mal ganz kurz... Stopp mal ganz kurz. Ich guck mal kurz, ob drüben irgendwie... Keine Ahnung. Niemand irgendwas drunter lädt. Okay, Moment. Nu ist er wieder flüssig. Nu ist er wieder flüssig, der Gute. Judi, dann, äh, machen wir mal weiter. Wir haben jetzt Gasoline gefunden. Du willst doch meine Gasoline. So. Na, dann lass uns doch mal... Die Robes von der Letter burn. Die Robes von... Achso, wir müssen ja hier hinten lang. Äh, rauchst du gerade? Oder sind die Stühle einfach nur so mega hoch? Nee, also... Oh doch, ich graufe. Oh, doch. Oh, okay. Wir wollten gerade sagen, sind wir froh oder was? Ja! Okay, cool. Kids, don't try this at home. Äh... Turn around. Who's there? I'm a police officer. Hör, ich hab a gun. Okay. Du kleine Mistmarde. Dich hab ich jetzt nicht erreicht. Ah. Hier leuchtet noch was, oder? War hier nicht noch? Nee, hier war nichts. Ist der eh voll? Ist der eh voll? Wollt's ja doch bloß gerade die Brüste angucken. Jetzt hör auf. Pst, ich stehe gemacht. Na was? Pst, ich stehe gemacht. So, let's get to the attic. Alter, ist ja wohl ne Leiter, ey. Und jetzt gehen wir da hoch und... Ah? Wie? Äh. Fucking creepy place. Ja. Scheiße. Kann ich... Achso, ich kann hier nur die Zeitung nehmen, okay. Ach, denn jetzt war... Dammte Axe, Alter. The culprit is in the incident on HW 58. Testified. I definitely saw that the girl ran out onto the road to pick up her toy. I wanted to get away from... I wanted to get away from the collision. The culprit was... Ne, egal. Äh, 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 intoxi... Wie auch immer. And does not remember what's happening after the incident. Recall that as a result of the incident a car caught fire. A woman and a child could not get out of the car. Oh, das ist aber nicht gut. Ah, wo ist die Puppe? The house is clean. Das Haus ist jetzt sauber. Na, will ich nicht erfüllen? Ich weiß nicht, ich sehe gerade die Puppe. Ach. Wir sollen wieder zurück zur Base. Guck mal, da ist... Ah, jetzt bin ich in den Longshift, ja. So eine lange Schicht, mhm. Okay, ich kann auf jeden Fall noch raus. Jetzt ist die... Wo ist sie hin? Loll. Kennst du das noch? Oh, nein. Oh, nein. Mh. Oh, das ist gar nicht schön. Das ist gar nicht schön. Ah! Ah! Fah! Ey, warum, warum... Ich gehe jetzt raus. Ach, du Scheiß. Ah! Was ist denn nun? Was ist denn zur Höllefahrt? Verdammte, achse nochmal, Alter! Ich bin so dankbar, weil es bei mir so richtig schön laut eingestellt ist alles. Ja, warte, ich mache für den Stream auch wieder laut. Damit wir alle was von haben. Ja, sind wir alle wach. Hm. Äh. Hm, die stehen ja hier überall. Ist ja gar nicht mal so toll. Ach, guck mal, wer... Ist denn da hinten erleuchtet? Ist das bloß eine Puppe? Ja, ist nur eine Puppe. Ich komme auch nicht zurück zu unserem Auto. Die haben hier alles, äh, vollgestellt. Ich... Das ist keine Puppe. Ah, das ist keine Puppe. Das ist keine Puppe. Das ist so ein Beknackter im Schlüpfer. Ah, hier ist... Mann, verpiss dich aus meinem Garten! Okay, Chat, ich mache vielleicht doch ein bisschen leiser für euch, weil das hat ganz schön gezimmert auf meinen Ohren. Ich hoffe... Ich bin so froh, dass Benni spielt. Bei euch ging's... Und tschüss! So sieht's aus, Mutti. Ah, schön! Ah, ne! Folge den... Folge den Europaletten. Ne, warte mal. Dreh... Oh, nein! Nein! Das Keller! Hm, ey, haben wir nicht Shift... Äh, Shiftende, genau. Haben wir nicht Schichtende? Das... Ah! Hm, I think I found something. Wie? Na, warte denn? Ist doch zugeschlossen gewesen. Was? Kannst du jetzt hier founden? Eier, 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 und... Komm, jetzt nirgst du... Polisargeant Henry and... Mr. Anderson! Äh, er wurde inspektiert der Umgebung des Parkes. Aber während der Operation hat er verhängt, zu kontaktieren. Natürlich. Haben wir fallen in die Fresse gekriegt und das war's. Ab im Folterkeller. Wunderbar. Ganz toll. Jojo schreibt auch gerade, ich habe zu Weihnachten ein neues Headset bekommen und das ist gerade mega, das Klangerlebnis. Nice! Äh, your nightmare is reality. What? Ja, das ist zum Beispiel jetzt da, ne? Äh, okay. Phil. Wir sind wieder Phil, Phil Dumpy. Phil Dumpy, yo. Äh, okay, okay. Okay, wir sind wieder in unserem Silent Hill Room. Diesmal kann ich auch ein bisschen schneller laufen. Ach, raus können wir nicht. Ach, ist ja schade. Ach, toll, 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 toll. Guck mal, es ist 3 Uhr 27. Wut, 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 drehen wir mal kurz um. Okay, kippt ihr nochmal kurz mit Bild an? Okay. Okay. Ich- Ich- Für den kurzen Wegwischer? Hei gerade wirklich gedacht? Nicht falsch verstehen, dass der Putin ist? Warum ist jetzt die Tür auf? Die Bilder sind weg? Ach ja, stimmt, die Bilder sind weg. Schaltplay 8. Pfff, Kontrast, Alter. Oh nooo. Und wir haben jetzt ein bisschen Mobiliar. Ja, da war auch ein Fernseher, deswegen gehe ich ganz schnell weg, weil du, ein Fernseher, du wirst sie sofort anschalten. Ja? Oh fuck. Oh, guck mal, Missing Child, überall. Wollen wir noch mal die, die, die... Ne, ich... Nein! Nein! Okay. Emma hasn't sorted her meal yet, uh, needed to replace the envelopes. Your brother, you're not done. Okay, wir können's mitnehmen. Sure. Emma, I'm sorry. I want to help you find JJ, but I can't also assure you that the boy just was just playing with friends and didn't warn you. I'll be back soon. Your neighbor Phil. Alter. Ja, da liegt... Alter. Eiskaltes Händchen. Da liegt ne Hand, wird auch grade gefragt und ja, da liegt ne Hand. Ja, und immer so'n Bilder mit Kind und Säge. Locked. Need a key. Na? Hä? Get out of my house! Okay. Ne, hier ist es auch die Zahl. Guck mal, die ist ja auch verkehrt rum. Genauso wie wahrscheinlich unsere. Nein, wir sind jetzt in der Spiegelwelt, Alter. Ja, hier, guck. Ach du verdammte Axt, Alter. Ja. Ah. Okay, tschüss. Die Uhrzeit ist auch spiegelverkehrt. Oh! So ne Himmelnfigur sägt doch. Hä? Was ist das? Die ist dann? Oh, ist keiner da? Alter. Alter. Mal die Tür kurz erstmal zu. Ich will mal ganz kurz mir den Fernseher angucken. Oh, Steven kann ich nicht einschalten. Sehr gut, okay. Sehr gut, sehr gut. Ach, was ist denn hier? Schön. Open two times. Nein. Ach, deswegen open two times. Ach, ist ja wunderbar. Okay, warte. Ah, ist ja gar nicht un... Oh, gar... Okay, das kommt jetzt sehr nah an. Piiiitiiiitiiiitiiiitii. Gott, die Bilde. Oh, fuck you! Hu 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 hu. Hals ma! Ob er irgendwann wird gepustet oder was? Ja, der hat gerade dieses Lämpchen hier ausgepustet. Oh, der verrückte Teufelskerl. Alter, ist das ein Bild, ey. Oh, nee. Also ich bin froh, dass bei mir läuft es jetzt gerade mega laggy, irgendwie, wenn jetzt ein Jumpscare passiert, werde ich wahrscheinlich nicht mitbekommen. Du bist auch schon wieder mega laggy, warum bist du schon wieder so mega laggy? Oh, wo ist denn ein Stück? Der Teddy, we need to find, ah guck mal, nee, wir müssen oben ein Teddystück finden. Was? Da habe ich gerade eine Ratte, Gott. Die Kluge um, den hat um, ach Gott, das ist so, ach du Scheiße. Können wir Schubladen öffnen? Ich hoffe nicht. Aber der Fernseher ist an, ach ist ja ein Traum. Ist es die Muck oder klingelt einer im Rhythmus draußen? Nee, es klingelt jemand im Rhythmus draußen. Ja, genau, Freunde. Ja und diese wunderschöne Tür ist weg, ach ist das toll, ein Traum, ein Traumhaus. Ach, guck mal, ein bisschen Blavage auch. Schön. Einfach schön. Ja, das ist doch ein Flur nach meinem Geschmack. Den jungen Satanisten von heute. Oh, ist das jetzt nicht euer Ernst? Alter. Muss ich die jetzt nochmal nehmen? Nee, ist ja immer noch. Emma, I'm so sorry, I want to help you. Ja, okay, gut, your neighbor Phil. Mhm, 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 mhm. Die Hand ist weg. Statt Jojo. Ja, was ist... Da war sie. Oh Gott. Ich sag ja... Oh mein Gott, stimmt! Sie ist gut. Okay. Ähm. Ach, jetzt haben wir Gitter vor dem Fenster. Auch schön. Doch gleich einen ganz wohnlichen Stil auf immer. Äh, äh, toll, 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 toll. Gibt's hier irgendwas? Nee. So! Oh, ein Feuerzeug. Wat? We the unwilling trained by the un-li- uns-liked... Uns-uns-skilled? Aha. To do the impossible for the... Ungratefuls. Nicht irgendwie... Marines oder irgend sowas. It's time to light a ke... Jaaaa... Like a candle in the wind. Welche... Welche Kerzen soll ich denn jetzt bitte... Äh, 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 jetzt alle anmachen, oder? Vielleicht die im Flur da. Irgendwie an dem komischen, ominösen... Altar. Mh... Wer will denn das? Wie niemand, aber ich glaube, wir müssen. We have to. Aber hier sind doch schon alle an. Wir sind an. Boah, diese Sound-Defekts. Ich... Ich biss mich jetzt wieder weg. Hier sind... Also das... Man muss jetzt... Man muss ja den Leuten von Amiga einfach mal... Neidlos anerkennen. Die haben's einfach drauf. Ja. Also was Horror-Games angeht ist... Einfach drauf. Also fiese Nummer ist das. Gut, dann gehen wir hier zurück. Gibt's denn hier noch irgendwie... Kerzen... Da. Gucken wir die? Ah, schön. Ah, auch noch eine. Vielleicht soll man denn das Licht draus machen. Gibt's auch noch eine? Okay. Warte mal, guck mal unten. Tatsächlich führen alle Kabel zu den... ...zu den... ...Kerzen. Äh... ...Moll... Okay. Aber... Guter... Äh... Alter... Guter... Guter Hinweis gewesen. Äh... Mit den Kabeln. Und... Danke. So, Chat, sagt mal. Ist das ein übeles Spiel? Oder ist das ein übeles Spiel? Warum? Warum? Das war... Das ist doch hier alles neu. Das ist... Ein Witcher Board. No! Oh... Oh, nee. Äh... Oh, shit. Ich wollte grad was erzählen, aber... Ich... Ich krieg mich hin. Nee, krieg ich nicht hin. The item is missing. Äh, Witch... Also... Jojo schreibt halt... Vielleicht können wir mit dem Schlüssel die Box an der Tür aufmachen. Ah... Ja, genau. Jojo, du Genie! Was? Arschloch, Kind. Hallo. Hey. Einfach Tür zu machen. Okay, sie macht selber zu. Oh... Ich will den Schiss. Fahrt für einer Keks in die Schrufe. Verpiss dich. Oh... Ist weg. Okay. Hallo? Hallo? Oh, kein Alarm. Jojo, du altes Spiel. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Wir schließen hier nicht irgendwie irgendwelche Türen auf und zu und so. Nee, 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 nee. Das machen wir jetzt nicht. Ich will das... Oh! Fällt verschreckt die Popo um. Nein. Hol es in der Box. Ich kann mich bewegen. Ich will noch hinten. Ich lege... Geh doch weiter weg! Okay. Ach, guck mal, wieder so ne... Ich will mich bewegen! Ich kann mich nicht drehen! Wir müssen erst mal... Paket zumachen. Na... Na... Lol! Hä, kenn ich liebe das Setting. Also, also... Hier ist ja schon mal... Oh, mein Herz... Fingerabdrücke und... Hier sind Hufen. Was hat das... zu bedeuten? Ja, ich komm in unsere Wohnung nicht mehr rein. Ja, nice. Ah... Ja, dann klingen wir doch mal bei den Nachbarn... Ach so, kann ich nicht. Vielleicht hier? Hm, kann ich nicht. Hm... Toll! Ich... Lass mich doch da rein! Mach doch nicht so ne Sachen jetzt! Ich... Vielleicht... Klingeln wir uns einfach hin. Ja, guck mal, das... Okay... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh! Und Tine Wittler war da! Oh! Oh Gott! Also, ich bin nicht dafür, dass wir... Das ist der Ende! Es ist hier! Ne, ist klar! Ja, äh... They are watching me! Hm, 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 hm. Ich halte es... Also... Stevie... Ich halte es nicht Ewigkeiten aus, ne? Also... Der nächste Akt wird besser! Hm, 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 hm. Eine schöne Handschrift, ja! Toll, ich will dir zurückkommen. Meine Gedanken lassen mich nicht weg. Das muss ich... Das ist ja ekehaft, Alter. Also ich sag schon mal eins, Death Watch werde ich nie ohne Jojo wieder spielen, weil Jojo hat einfach die Art Laugen, muss ich wirklich sagen. Jojo ist auf jeden Fall Fuchs im Spiel. Alter. Oh. Setz den Teddy ein. Lief aber bis jetzt immer so gut, wenn wir irgendwas eingesetzt haben. Wie nennt man das denn? Für das Witcher-Wort? Wie nennt man... Chet, wisst ihr das, wie das heißt? Ach du Scheiße. Ja. Hello. Na? Na ja. Ähm, das hat jetzt sehr viel mit Lairs auf 4 irgendwie hier, ähm... Ja, aber so oft kann ich jetzt hier nicht plopp machen. Nee, aber guck mal hier auch das Bild... Plopp! Lairs auf 4! Wir kommen nicht mehr zurück. Das ist natürlich semi-gut. Scheiße. Warum nicht den Pflanz doch schon wieder, Alter. Ey, die haben... Die machen so eine mega geile Soundkulisse. Ach du... Glaubste doch nicht, ey. Hhhhhhh... He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he. Er wollte Hello schreiben aber hat sich... Ja, das O fehlt. Oh, ein Code. Schrieben. Mhm. Hier muss ein Code eingeben werden. I need a password. Ja und wo finden wir das Passwort? Wahrscheinlich da bei dem Waldstuhl oder so. Würde ich jetzt mal so tippen. Ist hier noch irgendwas? Okay, beim Rollstuhl sagst du? Horror! Ich krieg immer totale Frame-Einbrüche irgendwie, wenn du die Taschenlampe anmachst. Mach mal kurz aus. Lauf mal. Ja, jetzt ist flüssig. Total komisch. Wenn du sobald die Taschenlampe anmachst. Okay, also dann gucken wir mal, dass wir den Zeiger benutzen. Benutzen. Ja. Alter, hat sich doch hier gerade so... Ja, ist klar. Planchette-Evente. Planchette klingt schon wieder ein bisschen besser. Eins. Eins. Vier. Null. Acht. Eins, vier, null, acht. Ach du Scheiße. Ja, dann lass uns den Code doch mal online nehmen. Ah. 14.08 ist doch auch ne Anspielung, ne? Ist doch auch von Stephen King. Ja. 14.08 auch ein nicer Film. Das sind mit Samuel Jackson und John Cusack, ne? Alles... Wehe... Wo ist denn jetzt die Puppe hin? Okay, hier komm ich nicht rein. Oh, aber nicht. Ach. Toll. 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 Um... Ily, ehm, sus fold. Das ist... Jaaaaaaa... Noiii, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ja okay, wir haben was eingesetzt. Okay, cool. Ja, find die Steckdose. Los! Such die Steckdose. Oh, da! There is no lever. Okay, lass mich raten, wir müssen hier ran. We need a key! Und hier hat jemand ein bisschen... Ja, Appetit? Ich muss auch noch mal ein Snack, wa? Hält der Engel oder was da da ist, diese Statue irgendetwas in den Händen? Burn around. Achso, ich dachte, du meinst das Ding hier. Ja, das. Äh, nö. So ein Lapp...ne. Das ist aus wie so ein Lappen, so. Nö. Okay, hätt sein können. So ein bisschen mühsam, ne Blut... Okay, dann gehen wir jetzt... Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das Zimmer war auch 14.08. Ich bin auch der Meinung, dass das das war. Ach, der ist ja nicht so ne Scheiße hier. Oh, guck mal, Manni kann das wieder weg, hm, toll, total. Ah! Ach, guck mal, da Mutti. Ach du Schande, ey. Kann ich jetzt hier einfach dran vorbei? Ne, ne, natürlich nicht. Hier ist der Brite. Oh Gott. Oh, warte mal. Ah, die Manikens geben uns, uns, uns immer so ein paar Hinweise. Ja, wie schon im In-Sound meint. Hm. Okay, dann gehen wir wieder zurück und machen die Box auf. Stop in the Box. Oh, no. Okay, off geht's. Let's go. Mach die Box auf. Das ist bestimmt die Fuse dann. Ja, die zweite. Die Schwerfhinserpuppe sind die guten. In welchem Universum ist das so? In-Sound-Mind. Schau mal bei In-Sound-Mind rein irgendwie. Auch nur Alibi. Und die lass dich nicht verarschen. Nein, wirklich. Okay, jetzt würde ich sagen, ich gehe einfach durch hier. Straight ahead ist mega. Oh, fuck you. Okay, nicht so. Wir gehen wieder zurück. Greater, I want to hear the truth. Okay. The truth, huh. Oh. War ja gar nicht mal so. Akt 4. Das goldene Ei. Das goldene Ei. Hm. Herst der Kratzen. Ich kaufe mir so eine Popper, falls Mutti mal wieder zu Besuch ist. So, the golden egg is a virtual world to create it from the memories and action of the certain person and we also analyze what he has afraid of in order to use it in the future. The next stage is putting a person's mind into a virtual world so he thinks that everything he sees around him is real. Then we connect to the conscutions of a person and try to find out what secrets he keeps. In our egg, we have created a space for a manic so that he will not be able to dis-guish reality from the virtual world and will think that this is his life. While he is distracted, our task is to dig into his memories of this case. To do this, we will connect to the person who will explore his world and record evidence for us. Together with the district police, we are launching the system. Okay. Also, we, 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 okay. Also, mit der Polizei arbeiten wir auch noch zusammen? I communicate with Henry. It's being interrupted. He no longer gets in touch. Alles klar. Ja, wir sollen jetzt mit Henry Kontakt aufnehmen. Den Polizisten. Henry got beyond the golden egg. Only a maniac knows where he is now. We need a person who has already been to this place in reality. He himself will not get out of his world. Okay. Also, er ist auf jeden Fall, ja, in einer anderen Welt. Um nicht sehen, wie der Rechner da unter dem Schreibtisch steht. Können direkt ausrasten. Creator, we calling John, but Jonathan, wait. Okay, Jonathan. Hol mal, Henry raus. Damit wollen wir ein bisschen ins Französische abdriften. Henry? Henry. Oh, be careful. Even on the lookout for him. Dave is aber auch fies, ey. Ich kaufe mir so eine Puppe, falls Mutti mal wieder zu Besuch ist. Jonathan, show me how it is, how it was, but don't go beyond. Okay, das war zu schnell. I was in this place 20 years ago. It's like it was yesterday. Okay, er war schon mal hier vor 20 Jahren. Na, wunderbar. Oh, was hat man denn da? Bestimmt eine Kamera. Nein. 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 Und auch Glasflashback sofort, Alter. Oh, Gott. Die Sounds sind auch wieder mega laut. Aber gut, nimm mal mit. Okay, gucken wir erst mal uns. Ja. Okay. Irgendwas ist da getrieben. Ist mir egal. Wir laufen weiter. Ah, ja, da stellt jemand fest, dass er kein Toilettenpapier mehr hat. Oh, warte mal, du kannst das aufmachen. Was? Ich kann das aufmachen? Nee, du kannst damit interagieren. I need a crowbar. Ja, wir müssen erst mal ein schönes Ding. Ins Klo einbrechen. Was macht Sinn? Was ist hier los? Warte, höre ich? Ach, guck mal, da ist ein Pfeil. Dezent. Subtil. Da ist ein Crowbar. Jetzt take the Crowbar. Ja, aber da ist auch so eine... Ja, hör auf. Geh weg. Weg. Ich hasse so Puppen. Ich mag es was. Oh, fuck you, Alter. Aber weine doch nicht. So, na, renn. Richte mal ins Klo ein. Oh, da muss ich doch gleich mal... I take a seat. Hm, need to look for gloves. Is there something in there? Da willst du auch... Ist ja ekehaft, Alter. Also, da willst du auch mit Handschuhen, glaube ich, nicht reingreifen. It seems to be locked from the inside. Muss aber ein Heftiger Schiss gewesen sein, wenn das Klo verbarrikadiert. Ja, das ist sofort totale Feuer. Oh, 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 oh. Und eine Vollsperrung. Sie kommt gerade vor einer Dance-Party? Ne, sie war gerade auf Klo. Ah! Mann! Mann! Okay, wir laufen einfach weiter. Nichts passiert. Finster. Alles safe. Pumpkin, zwei Dollar. Okay, komm. Kauf dir doch mal so ein... Mh, Pumpkin. Ist das dein Ernst? Wir brechen jetzt hier ein? Aber hey, wenigstens ist Klober nicht gleich wieder verschwunden, wenn man es immer benutzt hat. Ist ja auch was. Ja, das stimmt. Mann, schon. Leiter steht noch da. Ja, ist auch die Puppe noch da? Das hässliche Ding. Alter, nur verliegt auf dem Herz. Tschüss. Mh, ich will das nicht. Was ist das denn? Leiter-Fruit. Du, Benni, wo ich jetzt gerade die Bahn höre, ich habe das perfektes Spiel für uns beide gefunden. Für uns beide? Für uns beide. Train Simulator 2 oder nach dem... Nein, mehr nach dem Spiel dazu. Okay. Wir brauchen keine Präsenten, bitte. Lass uns nach Hause gehen. Wir sind sehr schade. Nein, du musst die Pizza essen, your brother Jonathan. There are more kids here. JJ should be among them. There's a letter I sent to Emma. That son of a bitch stole it. I knew he was guilty. Alter, was ist denn? Was ist denn an der Pfanne? Zehner? I don't know. Emma, your neighbor doesn't bother you anymore. I know you're kind of him. And your son like him. Yeah, but he seems strange to me. His name is Phil and he lives alone. I've got something on him. He had a family that got into a car incident. His wife and child died. After that he moved into an apartment in our house. I don't think you should talk to him. Your brother Jonathan. He had a family that got into an apartment in our house. Das sind die Embryos? Was? Echt jetzt? No, Alter. Okay. Mach mir mal einen Teller voll. Guck mal hier. Ich habe Gloves gefunden. Gloves. Klo, schön. Wollen wir das hier ausmachen? Nein, können wir nicht. Okay, komm, wir klettern mal hoch auf, nach oben. Choo-choo. Who is you? You are here. You are here. You are here. Warte mal hier, haben wir auch nochmal ein geiles Slider. Können wir, können wir ganz nach oben? Nee, ich kann nur bis hier hoch und kann leider nicht weiter. Ja, okay. Vielleicht ganz gut. Warte mal, aber wir können... Ah, need to find the hole to open the safe. Na, also Krobar. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch irgendwie hier noch eine Krobar am Start, oder nicht? Oh, da brauchen wir das Feuer zu. Haben wir ja noch alles. Hier wurde viel angezündet hier auf der Fahne. Ach, Gott, Alter. Okay, dann gehen wir mal auf Klo und halten mal unsere Hand in... Da rein. So viel falsch an diesem Satz, Alter. Ich sehe nichts. Na, ist vielleicht schon ganz gut zu. Hört sich nicht gut an. Ich habe den Essenskort aufgenommen. Schön. Wofür? Eine Zugaskarte. Für den, für den Safe? Fuck you. Mann, Alter. Ja. Das ist übel. Das ist einfach übel, der Shit hier. Können wir die Tür wieder zumachen? Natürlich nicht, nein. Warum auch? Okay, cool. Cool, cool. Cool, 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 cool. Ich kann den nicht mehr anwählen. Echt jetzt? Ja, ne, macht nix. Okay, dann ist es wohl... Dann gehen wir doch mal außen rum. Access Card doch nicht dafür. Ach, guck mal, hier ist wieder alles zugestellt. Da sind sie wieder. Toll. Sind bis jetzt auch noch nicht zum Riesenrad gekommen, ne? Ne. Komm ich hier durch. Kann ich diesen Plastik... Kann ich... Ja, es ist ein... Kann ich nicht. Eine undurchdringbare Barriere. Komm wir hier durch. Nee, jetzt hat sich ja der Müllämmer davor gesetzt. Okay, cool, 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 cool. Geben wir einfach zurück, oder wie? Also, gehen wir von da, wo wir gekommen sind. Okay, cool für mich. Oder auch nicht. Achso, warte mal, hier war doch ein Keller. Ja, da will ich eigentlich nicht hin, aber gut. Das Spiel schickt uns, glaube ich, hier hin. Okay, we need the key. Äh, ist die Puppe an der schönen Kerze. Oh, ja stimmt. Wir können mal probieren, ob die Puppe vorne anzuzünden geht. Welche? Äh, am Eingang-Team. Diese Kin... Die... Ja, exakt die. Warte kurz, ich muss... Ich muss mal kurz niesen, Entschuldigung. Ich hab mich dafür mal ganz kurz gemutet. Also, es sieht sehr verdächtig danach aus. Ja, gebe ich euch recht. Aber ich kann damit nichts machen. Schade. Das ist total. Danke. Also, heißt ihr, dass vielleicht noch hier noch irgend... was ist, weil wir hier noch reinkommen? Da haben wir ja schon gelesen, genau. Das hat hier so ein... Clowns... So ein Beißgurt, oder so ein Beißball? Nee, das ist so eine... So eine... Clownsnase. Oh nein. Hm. Hm. Ganz toll. Ganz... Wacker, wacker, wacker. W-wofür haben wir jetzt die Access-Card bekommen? Aber wir kommen jetzt... Oh, warte. Ah. Lol. Was passiert? Hä? Oben, der Safe, der Safe, der Safe. Ah. Ja, ja, ja. Stimmt, hast recht. Le Safe. Und hier haben wir jetzt... Und hier haben wir jetzt... What? I came home off the... Ah, was, 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 was? My mom was in a bad mood. I had to sit in the basement again. Okay? What? Jonathan. Jonathan. Ach, jetzt lauf mal wieder zum Haus, wie am Anfang. Nee, ist klar. Ähm. Ja, hallo? Oben steht einer. Ja, ja. Oh. Oh. Okay. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Cool. Empfangskomitee. Oh, wie so rüber zeigt, so. This way. Please go this way. Okay. Scheiße. Drück mal die Klinge. Nee, ich nehm die Taschenlampe. Nimm die Taschenlampe, nehm ich erst mal. Och Gott, ey, jetzt geht's los mit den Puppen. Ey, Steven. Ey. Wirklich. Ich und Puppen. Ich weiß das ganz genau. Ey, jetzt zieht's los mit der beschissenen... Jonathan, you have gone too far. Do you want to know the truth? Nein. Nein. Ich will sie nicht... Oh Gott. Was ist denn, tut er? Was ist denn? Kann ich das wegräumen? Scheiße, noch wegräumen, Alter. Ja, genau. Nein, 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 nein. Ach Gott, nein. Fotoapparat. Oh. Ja, take it. Mh. Press C to turn. Ach ja, klar. Du weißt, was jetzt passieren mit Penny, oder? Oh, ich hasse es. Ich hasse es jetzt schon. I hate it so much. Ja, es ist Déjà-vu. Definitiv, Mutti. Ich auch. Hi, Mutti. Ja, da sinken also... Ashes? Oh Gott. Oh, ist okay, ist okay. Ist dein Raum, ist dein Raum. Ist cool für mich. Ist okay. Oh Gott, da warte ich jetzt nicht rein. Oh, ist ja gar nicht creepy. Ashes. Mich hier auch. Hallo? Mann, Alter! Ey! So, let it shake. Shake, shake, shake. Oh, wir haben hier keinen... Beweis. Nein, falsche Taste. Okay, hier komme ich nicht rein. Phil? Phil? The kid is not Phil. Then who is it? Who is it? Is it my brother? Ja, das ist nicht gefächt. Es ist mir geil. So, dann, Rinder. Los. Hey, Mom. Hey. Oh Gott. Oh Gott, das ist der Ditte. Was ist der Ditte? Alter, wer hat denn so eine Scheiße im Schlafzimmer? Ich würde es nicht mehr. Steven, ich würde es nicht mehr. Ja, ich weiß. Wir müssen durch. Ja, nein. Warum? Oh nein, wir müssen die Fotos nachschießen. Achtung, Achtung. Fuck you, du meistert der Kämpfer. Alter. Hallo und tschüss. Oh, du bist so okay. Ist das fies. Oh Gott. Ja, das riechst du jetzt. Du hast mir egal. Mein Sohn. Ich und Dad wollen dir so viel helfen. Wir haben uns in ein neues Haus geändert. Und wir haben die Hoffnung, dass alles sich ändern wird. Und wir wussten nicht, wie wir mit dem zu tun haben. Terrible Dinge begannen zu passieren. Kötzungen und Tiere. Es war nicht deine Schuld. Du warst bei einem Monster gebetet. Ich will ihn nicht verraten. Ja. Okay. Schön, Phil. Es war nicht sehr in der Schuld. Können wir nach Hause bitte? Ja, bitte. Alter. Kommt gleich nach Europalette in so einem Haus. Ja, wer echt, wer... Nein. Nito Bolt Cutter. Okay, alles klar. Bolzenschneider. Okay, da komme ich nicht hin. Okay, ist... So, Harlekin in Zwangsjacke. Schön. Hätten wir eigentlich einfach hier... Ich wollte gerade sagen, könnten wir einfach den Lichtschalter anmachen. Aber nein, können wir nicht. Natürlich nicht. Nein, 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 nein. Wir kommen auch noch nicht ran. Kommen wir jetzt die Treppe wieder runter? Ey, das hört sich an, als ob hier jemand irgendwie am Boden rumkratzt. Okay, cool. Okay, vielleicht nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht lassen wir es. Hey, Steven, ey, warum? Ich bin mir so... Mann. Weil ich immer Bettneber 2 sein kann. Okay, sie ist weg. Dann fangst du ab. Ja. Okay, cool. Oh, auf dem Tisch liegt was? Da hinten. Ja, da... Die Sachen, Alter. Wir gucken uns das... Wir gucken uns das ganz in Ruhe an. Ganz in Ruhe. Da, wo bist du ja heute der Vorlesende. Ich finde das gut. Entschuldigung. Der Heiserne. Ja. No matter how hard you try, they can't admit, that you're an unusual child. I want them to understand them. Why are you hiding me? How much longer are you going to put up with being locked in the basement? You need freedom. Um, I have a plan to ride them, or to ride of them. Let me do it. Okay. Get rid of them. Was ist das immer noch für dieses... Das ist wahrscheinlich umfeld an den Fenstern oder so. Oh, schon wieder da vorne, so ein scheiß Klau, Alter. Ja, doch. Werfen wir einen Blick durchs Fenster durch, Alter. Ja, gleich. Tonight, two patients escape from a psychiatric hospital. A man and a woman. The president himself as a marriage couple. Enter into trust and can harm others. Be careful not to come into contact with them. If you suspect anything, call the local police. Ja, die kann uns ja bestimmt auch richtig gut helfen. Richtig gut. Hallo? Wie man am Fenster? Ja, ich auch. Oh, grad so ein bisschen gehüpft. Ja, ja, klar. Ja, ist keiner da. Okay, cool. Ach, ist ja... Mh... Mh... Binde 8-Schlüssel. Mh... Na komm, dann gehen wir mal in Stevie's happy place. Sein happy place ist immer das Badezimmer. Ich hab... Fuck you. Ich wollt grad sagen, ich hab... Oh, da planscht aber schon einer rum. Ja, du... Oh, ein Puzzlestück. Ein Puzzlestück. Let's take it. Ein Jigsaw. Ah, okay. Na? Fuck you, Alter. Das war jetzt grade... Sehr laut. Wenn die Wanne schon eingelassen ist, was? Oh, Mann, oh... Schade. Nö. Da zieh ich den Stöpsel, mein Freund. Das ist hier... Wir sind hier nicht zum Waden. Ein Händel. Konnten wir das schon irgendwie an... Spülen, Kastner. So geht's mir grade die ganze Zeit. Ich könnte die ganze Zeit nur, ne? Spülen? Ja. Aber wenigstens legen sie viel Wert auf Zahnpflege. Mental... Fuck you. Okay, geht nicht auf. Danke, tschüss. So, was haben wir hier? Nochmal... Need to take a photo of these places. Okay, also wir müssen von diesen Dingern... Okay, okay. Aber da ist ja Bolt Cutter. Ja, ich nehm einfach den Dietrich. Lockpick. Schön. Okay, cool, 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 cool. Ich höre hier schon wieder was. Mann, Mann, Mann. Ich höre auch hinter mir noch was. Der ist ganz schlimm gerade. Ja, hab ich doch. Wir haben noch Lockpick. Jaja. Okay. Cool. Er hat überall diese... Ruhkarten. Mach mal hier kurz Licht aus, weil bei mir überblendet es dann natürlich immer so extrem auf einmal. Also entweder es ist super dunkel oder es überblendet es... Es will. Oh, Maler, weil es ja nicht ausgewaschen. Könnt ihr gleich auswassen. Ah, hier, die Heimschranken. Ja, da kommen wir aber nicht weiter ohne... Oh, der ist einfach scheiße, Alter, dieser Clown. Der ist richtig, der, also... Also, nee. So, wir müssen also definitiv erstmal hoch. Können wir da irgendwie hinter der Fliese... Ach nee, das ist einfach nur eine Reflexion. Oh, guck mal, Spiegler, ja, hier. Schöne Spockeri. Jo. Okay, aber wir haben... sonst hier nichts... Auffälliges... Phil, get away from this... Von so schrecklicher Frau. Ey, dieser Effekt. Ja, hier siehst du alles. Wiedersehen. Hallo? Okay. Dann haben wir sonst noch einen Raum, den wir jetzt vergessen haben? Ne, ne? Also, jetzt können wir ja hinten den Gang lang gehen, oder? Und die Fotos schießen. Würde ich sagen. Ach, hau doch ab, Alter. Für diese scheiß Gartentür, den Lockpick, Junge, da kannst du auch rübersteigen. Sind wir denn, wo sind wir denn? Hier bei Hotshots, oder was? Das ist die Frage, wollen wir erst da lang, oder erst da lang? Ja, wo, du nimmst ja einen Kaufwagen mit. Aber nur, wenn ja noch der Euro drin ist. Ja. Hm. Hello. Okay, gehen wir... Fuck you, Alter. Gehen wir einfach weiter. Okay, gehen wir wieder zurück. Und gehen erstmal den anderen Weg lang. Ist für mich völlig in Ordnung. Ja, nö. Also, nö. Wir gehen den anderen Weg. Ja, Benni ist halt einfach Verzögerung, Sinister, durch und durch. Es ist, ne, wir wollen... Guck mal hier, ist noch ein Lockpick, können wir hier gleich nutzen. Mehrfach. Da brauchst du ja einen separaten Schlüssel wahrscheinlich, oder? Nö. Oh, multifunktional einsetzbarer Lockpick. Jetzt ist ja wenigstens mal vernünftig. Sehr gut. Obwohl man auch rübersteigen kann, aber es ist wie eine andere Geschichte. So, was haben wir denn hier Feines? Das ist... Nimm die Malerwalze mit. Wir müssen wahrscheinlich das Haus streichen. Wer zum... Fick... Bewegt sich jetzt hier noch weg? Hör doch mal auf, Alter. Hör doch mal auf. Weg. Okay, weg. Okay, wir haben ihn mal vorgemacht. Ja, toll, toll. Okay, wir sollen's... Press C, du T-Gewödel. Press C. Okay. An undeveloped photo, das needs to shake. Hm, hast du gesehen, was da hinten drauf war? Ne. Okay, gut. Dann ist nur mir das aufgefallen ist, okay für mich. Dann jetzt... Also, der... Den Jumpscare hack jetzt nicht mitgekriegt, aber da ist auf jeden Fall ein Krober. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Vielleicht? Ja. Genau. So, hier haben wir erstmal nochmal was Schöne zum Lesen. Nachdem meine Eltern entfernt wurden, habe ich in einem Orphanage. Da habe ich Freunde gefunden und es scheint, dass ich glücklich bin. Der Monster, der in mir lebt. Kommt runter und stoppt zu sehen. Ich will eine Familie finden, die mich akzeptieren würde, für die ich wirklich war. Ein Normal. Ja... Enormal. Gut. Können wir jemanden... Können wir da mal jemanden auf die Rübe hauen? Weiß ich nicht, Dave. Glaube eher nicht. Ich glaube das eher... Zum Aufbrechen. Du könntest probieren. Man fühlt sich tatsächlich so einen Ticken sicherer damit. Nehme ich dazu? Ja... Ja... Also es... Aber so bei... Ja. Okay. So, dann schauen wir doch mal, was beim Scheunenfest los ist. Habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Na ist okay. Ist okay für dich. Schlecht für mich. Ich denke, ich habe so krasse Leckeinbrüche hier irgendwie. Also Frame-Einbrüche. Okay. Also eigentlich nicht okay, aber... Ja. So, get inside. Ja. Ist ja ein wunderschöner Clown, der auf einmal dasteht. Stopp! Ah, Mann! Verdammte... Alter! Nein! Aber die hast du jetzt mitbekommen. Äh... Ohne Frame-Einbrüche, ne? Ja, die kam flüssig. Die kam flüssig, sind das... Okay... Oh, guck mal hier an den Finger. Kannst du an den Fingern was machen? Ja, ich kann am Finger ziehen. Mal gucken, was die Puppe macht. Nicht so? Nein, kann ich. So high five, so totmäßig. Ich habe mein Bestes, meine Eltern zu ermitteln. In der Physik-Klinik. Die Diagnostik mit Schizophrenia. Eine gefährliche Form. Weil sie fast arm sind. Okay. Wehe, du bewegst jetzt gleich den Kopf und guckst mich an. So eine Nackenschelle so. Wenn du vorbeiläufst. Oh, hier ist schon wieder sowas hier, ey. Hm. Passiert doch dicke Foto. Ah, warte mal. Dann müsste doch... Ah, cool. Dann wird jetzt hier auch gleich der... Der Bolt Cutter entscheiden. Von was denn jetzt? Hier. Huh. Siehst du dieses kleine hässliche Ding da in der Ecke? Das ist scheiße aus, ey. Das ist ja schlimm. Okay, komm. Können wir jetzt das Foto taken? Ich habe genug gewackelt. Ja, nimm den... Nimm ihn! Was ist das dann hin? Kann das auch hin? Ja. Das ist Mother's Room. Ja. 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 Alles cool. 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 Ah, fuck you. Okay, wir gehen weiter. Oh Gott, alter. Oh. Nimm die Leiter. Und auf Wiedersehen. Der Clown ist auch weg. Ach, das ist ja toll. Toi, 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 toi. Ich bin weg. Ich bin weg. Fuck you. Ich guck, ich drehe mich nicht um. Ist mir egal. Der Hut von Basketball ist aber auch noch da. Ist mir egal. Ist mir egal. So, wollen wir nach oben? Willst du nach unten? Ne, wir gehen erstmal nach oben. Die Mutti-Kiste fänden, ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh, okay. Okay, hier Mami, I'm coming for you. Hallo. Ach du schon wieder. War er gerade was vor dem Fenster oder war das jetzt nur eine Reflexion? Was war das denn für ein Soundeffekt? Steven und Nancy. Ja Steven, möchtest du uns was mitteilen? Sorry. Ist das deine dunkle Vergangenheit? So, da wies ich schon, was du wieder in der Postproduktion machen wirst. Du Arsch. So, wir take it. Oh, was auch immer das war, I don't know. Dann lesen wir uns hier wieder den wunderschönen Brief durch. We return to our house. But others live there. I need to get rid of them and get my life back. They had a child. He looks much like my fella. Them can start all over again. Little Peter. We are new mom. And dad. Okay. Na, ist ja toll, Alter. Das ist ja super. But something went wrong. Ja. Alter, dieser creepy Clown. Fuck you. Oh, Mann. Jojo, hast du das gut in deinem neuen Headset mitbekommen? War bestimmt cooler Soundeffekt. Ich hab das in meinem neuen Schlupfer halt mitbekommen gekriegt gerade. Fuck. Ja, oh fuck. Genau, das denk ich mir auch. Die hat mich erwischt. Das war wirklich übel. Ah, das ist, äh. Was? Wer war's? Du bist mir weg. Komm, hier. Mach Grober. Nimm alles raus. Ist mir egal. Ah, guck mal. Wieder die nice Tapete für Stevie. Riecht mich, riecht mich instant auf. Hat er mit dem Headset ordentlich gescheppert, ja? Okay. Was ist der Switch? Was ist hier? Genau, wir haben da den Handel, genau. Jaaaa. Get to the attic. Jaaaa. Da passiert doch auch gleich was. Jaaaa. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, guck mal, wir haben uns da schon begrüßt. Sehr, sehr atypisch. Ja. Oh, Teddy. Oh, okay. Okay, sieht erstmal nicht groß aus. Was sollen wir hier? Können wir hier irgendwas nehmen? Äh, Spiegel. Teddy. Teddy. Wir haben, wir haben Teddy gefunden. Guck. Teddy. Aber wir können hier noch so ne... Ich weiß nicht, was das sein soll. Was sollen wir damit machen am Ende? Wir reinsetzen? Ah, hin. Ja. It worked. It worked. It looks like the lock on the basement has opened. Ach du Scheiße. Ey, wer macht denn so'n Verschluss bitte hier hin, damit das Basement sich öffnet? Und wo ist die hin? Wo, wo, wo ist die hin? Wo? Der ist runterjangen und hechelt schon mal am Einjangen. Ach du Scheiße. Oh, come on ey. Nein. Okay. I'm... Ja, wie komm ich denn jetzt wieder zurück? Um den Schalter wieder umsetzen wahrscheinlich. Ach so. Okay. Ja, nice. Okay. Komm, hat er gemacht? Ah, jetzt passiert doch gleich was. Ich glaub auch, dass das übel wird, Benni. Ah. Weil draußen ist das... Fuck you. Meine Reaktion ist erstmal... Hinhocken. Geil. Das ist groß. Jetzt müsste man aber tatsächlich selbst meine Putenpelle erkennen. Also, das dürfte jetzt relativ... Relativ über die Aufnahme. Also mit der Qualität der Kamera. Hallo. M'lady. Ja Martin, da platzt mal her in der Sack. Willkommen bei Benni und Steve. Zeig mir. Kann er, der platzt nen Säcki hier. Martin, können wir uns drauf einigen, dass das nächste Mal Stevie spielt und nicht ich? Ich kack mich hier gerade komplett ins Hemd. Steven hat noch Krankenbonus. Steven hat noch Krankenbonus. Steven hat noch Krankenbonus. Wieso? Ich fühl mich doch nicht so. Tu mal so als... Enter the basement! Wer will denn hier rein? Oh. Okay. Ach, leck mich doch, Alter. Oh, da ist schon wieder so ne Puppe. Mach einfach ein Pflaster abziehen. Mach einfach hin. Ich stehe. Jetzt zieh runter, Mann. Jetzt komm. Ey, wenn ich spiele, dann spiele ich das wie ich das will und nicht wie du. Ah! Ah, das kennen wir doch aus dem... Jaja, auf jeden, auf jeden. Oh scheiße. Oh scheiße. Können wir hier auch mal Licht anmachen? Ey, die hat hier so viele 5000 Licht... Oh, Lichtschalter und nicht ein... Hör auf. Nicht einer davon funktioniert. Oh. Ah, scheiße. Uns fehlt noch ein Puzzleteil. Oder zwei? Eins. Fehlt eins oder zwei? Zwei. Oh. Aber ist mir doch egal. Nein! Na, du weißt ja, was hinter der Wand ist, ne? Hm. Benis Sextape, Alter. Benis fucking Sextape. Hm. 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 So, na dann guck doch mal, ob das auch zurückgespult ist, weil sonst kostet's ne Mark, ne? Weißt du? Oh, wir könnten leider das nicht bedienen. Oh, schade. 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 Der Stromschalter, der Stromkasten meine ich. Ey, was ist denn? Warte. Wir hatten doch hier das letzte Mal? Okay, gut. Das haben sie... Das kommt bestimmt noch. Okay, 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 okay. Schau mal hinter dich, äh, ich glaube, ähm, ähm, jemanden den Sicherungskasten waren. Was für'n Sicherungskasten? Ach, mal ne, zeig. Äh, neben dem Fernseher war'n Sicherungskasten. Neben dem Fernseher war'n Sicherungskasten, okay? Vielleicht. Hm. Hm. Alter, das kommt richtig fies über die scheiß Kopfhörer. Hm. Du kleine Dreckspuppe, Alter. Du Dreckspuppe, ey. Beide klatschen! Was willst du von mir? Nimm sie doch mal nen Arm. Nee, auf gar keinen Fall. Doch, sie will doch das Lied da hab' werden. Ja. Achso, können wir jetzt hier den, den... Oh, ja, ja, wunder... Ja. Hm. Nice. Toll. Ja, Jo, schreib schon Hashtag ab 18. Hashtag ab 18. Okay, und jetzt gehen wir hier auf Play, oder was? Okay. Fünf. Vier. Zwei. Hm. Tried to curse. Perfectly love becomes rejected because it's not like that. At least we'll help Phil. Find freedom. Call down when Phil... Weiß der Geier. After the incident Phil asked me to help him get his family back. We tried many times, but it didn't work out. And Phil only get worse. I was left alone, I decided... But we couldn't get their real family back. And I could find a new one. Na toll. Na toll. Sagt der Folk, the clone. While we were thinking about it. I remembered our house, where we were together and decided to take a look at it. When I go home, I saw a baby and couldn't take care of him. If you look good. No. I tried to convince Phil to go to the Father's Day celebration... ...celebration... ...celebration... ...celebration on Sunday. Ja! It's over! Then I want to wear myself, wearing my best outfit and want to amuse the children. ...celebration on Sunday. As a clown. Na wunderbar. Gacy style alter. I met my father with a child. He was the owner of our house. He treated him badly. He wasn't your real father. Mike showy was... His name was Peter. His name was Peter. Mmm. His name was. Oh! Ja, der Sound war gerade böse. Jonathan! Uh... Nooooo! Diese... Können sie wegneiten, wirklich? Können sie wegneiten? Wirklich? Ja, Jogo schreibt auch gerade, vor allem solche Puppen gibt es ja wirklich. Ich frage mich welches Kind damit gerne gespielt hat. Na, ich glaube nicht, dass sie für Kinder sind. Sag mal eins, also so was packst du doch kein Kind hin. Ja, ähm... Ist doch für'n Arsch, also kannst du doch nicht machen. Mmmmm... Hat hier jemand wieder einen Schlüssel in der... Ach guck... Ne, doch nicht. Ne, Typ eher, dass da wie ein Clown dazwischen steht. Na ja. Ehhh... Müssen wir hier... W-Wat denn? Na die Schlösser da wegknacken. Achso! Kann ich nicht. Scheiße, können wir das Buch nehmen? Ja, das Buch kann ich nehmen. I come home off the school. Mein Mom ist in a bad mood. Hatten wir schon. Achso! Ist in a basement again. Ja, stimmt. Äh, ich kann nichts machen. Loll! Ey, das Atmen hat mich jetzt gerade schon wieder komplett ersch... Jonathan! Warum nehmen wir denn jetzt schon wieder hier die 5000 Kameras wieder in die Hand? Okay, das haben wir schon, das haben wir schon, das ist das hier? Filz Diary. Filz Diary. Okay. Cool. 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 Na, du weißt, wo wir jetzt hin können, oder? Noch nicht? Also noch? Geben wir... Guck mal, jetzt holen wir uns hier so ein Häkchen. Damit kommen wir jetzt wieder zum Boot. Verstehst du? Damit wir mit dem Haken, ne? Hm. Hm. Ist unangenehm. Ist wirklich unangenehm irgendwie. Hör doch! Was machst du denn? Fuck you! Alter, hast du den gesehen? Ja, hab ich. Alter, der scheppert aber auch in den Ohren. Ich mach's mal für euch noch mal ein bisschen leiser. Also ich hab grad noch mal volle Mühe für euch aufgezogen, aber... Ich höre jetzt aber auch nicht, du, Steven. Ich mach's mal für dich ein bisschen leiser hier. Verstehst du? Bei mir läuft hier schon das Blut hier runter. Aber, komm, anreicht. Was haben wir denn da jetzt schon, ne? Hm. I don't know. Warte. Was ist denn bitte? Ach, hier. Komm mal, Wickelschleifer. Makita, Akku. Wup, wup. Schön, 18 Volt. 5,2 Ampere, Alter. Ist aber damaged. Ach, du Scheiße. Damaged. So, was soll man denn jetzt umplexen? Fuck you. Oh Mann, Alter. Hier, warte mal. Ich mach für dich jetzt auch ein bisschen leiser, weil... Ist ja doch recht heftig für dich auch. Dafür mach ich für den Chat wieder ein bisschen lauter. Einer muss immer leiden. Einer muss immer leiden. Ja, ich muss ja gegensteuern, weil ich hab ja für den Chat leiser gemacht. Jetzt mach ich für dich leiser. Du kannst jetzt in den Keller rennen. Nein, mach doch nicht sowas. Doch. Aber... Die Flex ist doch kaputt. Hat er doch... Nein. Akku. Okay, ist nicht kaputt. Dein Disc ist für Johanna klar. Alter, wirklich. Ich bin ziemlich hoch hier. Was? Ich hab ihn noch gerade recht zu neben mir gehört. Wer zu mich... Vielleicht sind wir doch selbst. Ach so. Klar. Wie sind jetzt der Clown? Naja, das ist... Wir können alle fliegen hier unten. Okay. Oh ja, hier. Der kann aber richtig gut sprinten. Ich sprinte gerade. Der Clown war ja auch so ein Feister. Hm. Hm. Ja, das ist scheinvergrissen. Aren't you here with your parents? My name is Peter. I'm on holiday with dad. Okay, Peter. Your dad lost you. He asked me to help find a boy with a dark hair whose name is Peter. Come on, I'll take you to him. Kids, bitte mach das nicht. Chat, könnt ihr der Story noch folgen? Hey Kids. Okay. Also. Okay. Sind wir immer noch? Das ist ich. Hihihihihi. Feed my new friend. Hm. Womit denn? Hast du noch ein paar schöne Embryos eingeknuspert? Nee, guck mal. Wir haben einfach das Egg. Und ein Stück Pizza. Und nimm jetzt den Teller. Oh. Well, look at that. Well, look at that. We take care of our new friend. Nice. Hallo. Hi Mom. Yummy, yummy. I'm hungry too. Okay. Dann nimm uns einfach mal ein Stück Pizza. Ah, wir nehmen die Nase ab und essen Pizza. Und? Oh, einen Toast. Toast, schön. Ist ja nicht mehr Toast, ey. Was? Ja, aber wo? Also hier auf dem Sofa oder wie? Warte mal, hat der gerade was runtergeschmissen? Also wir können nochmal hochklettern, wenn er willst. Wir können nochmal gucken. Ach guck mal, er hat hier aufgefuttert. Ah, schön. Na gut, dann legen wir uns hier hin. Weil wir uns hinlegen. Nach dem Essen. Machen schönes Mittagsschläfchen. Das ist aber ein langes Nickerchen für ein paar Tage später. Jetzt kommt ja, genau, jetzt kommt Henry. Ah, so, News Time. Die Polizei suchen einen Mann, 10 Jahre alt. Nämlich JJ. Die Polizei und die Volontäre wurden für ihn gefordert. Okay. Aber warum JJ? Ich dachte, er heißt Peter. Naja, wahrscheinlich wird Peter nicht der erste gewesen sein. Akt 7. Darkness comes out. Ja. Und wir sind wieder am Händewaschen bei uns im... In der Wohnung. In der Wohnung. Und sind jetzt wieder Phil oder was? Ja, wir sind wieder Phil und Bastard. Bastard. Oh. Hm. Hat sich ja richtig viel getan an unserer... Okay. Okay. Alles mal an die Decke angespackst, Alter. Kann man machen? Oh. Clown. Da ist eine Kassette. Hm. Ja, ja. Da ist wunderbares... Ich kann's gar nicht erkennen. Ein Abspielgerät. Father's Day. Father's Day. Oh. Oh. Guilty. Schuldig. Hier unten ist noch die Taschen Lamp. Hm. Vielleicht hat das ein Wort. Okay. Ey, ich drück die ganze Zeit F und denk mir so... Ja. Okay. Das war also das panische Tipper gerade, ja? Ja. Ich wollte nämlich ganz schnell F drücken, damit halt... Ich seh eh nix mehr. Äh... Die Taschenlande... No. Fuck you. Okay. Wir gehen einfach weiter geradeaus durch... Ja, ja. Cool, cool. Ah, guck mal hier. Papas... Papas Zimmer. Schön. Danke. Ah, das haben wir schon gesehen? Okay. For my son. Oh, bis später Peter. Ja, so sieht's aus bei Peter. Ethan! Ethan! I'm sorry. It's all my fault. Your mom asked me not to drive. I didn't listen to her. You know how I want to get it all back. I would do anything for that. Because of my job, I didn't pay attention to you at all. And was a bad father in the hospital. I want to fix it. But I only made it worse. I took you away from each other. I'm so sorry. I have to try to fix it. Na dann... Gib mal deinen... Best Ruse. Oh no. Far to stay. Oder schön hingehaukt jetzt, ja? Schön suchen. Wir wollen ja hier auf Augenhöhe gucken. Und jetzt... Na. I want to sit on chair. Okay. Oh, naja. Er möchte ja an seinen Lieblingsessel setzen, wenn er sich Foltervideos anguckt. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhicasseeishiiichiiiihiiiiihalah U BMW ehehhhhhuhoohuhhuih ihhihihepriihuhuhuhuu. Du scheiss Clown ey, fische auf ey, wirklich! Willste also der Clown, ja? Haaaaahhhhh.. Don't leave,ück... Öl...ja hm h'mh okay. Die Batterie ist auf der Kamera tot, ah schön. Dann nehmen wir doch einfach die Taschen, damit die hier oben rumliegt. Und noch den Schlüssel dazu. Oh, die ist aber schön. Können wir jetzt hier, achso, ne, oh, guck mal hier ist keine Klinke dran. Also da müssen wir dem Hausmeister noch Bescheid geben, hier würde Klinke nachbauen. Okay, können wir hier auch was nehmen? Ne. Ach, hallo. Komplett weggeleckt hat das Ding, irgendwie. Was? Eigentlich mitgekriegt jetzt gerade. Äh, der steht da noch. Ja, 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 aber wie er da vorsprungen ist. Achso. Wo ist das? Ah, hier ist der Clown. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Der ist so ein fetter, so ein dünner, ekliger. Need to find the key. Äh. Ich dachte ich hätte noch irgendwas, äh, Polzenschneidermäßiges dabei. Guck mal, links hier von uns irgendwie. Links? Oh. Oh. There is a passage behind the wall. Okay. Okay. Hey. Das Lüftungsgitter, können wir damit wieder agieren? Oh, shit. We can open the ventilation grate with a screwdriver. Okay. Du kannst doch wahrscheinlich einfach nur abziehen, Junge. Du brauchst da nicht unbedingt Werkzeug dafür, mach es doch kaputt. Aber Wendy, du weißt, was passiert, wenn wir da durchkrauchen. Ne. Du weißt, welche Mucke denn startet. Achso, äh, ja deine. Was meine? Naja, die du hier, ne. Hallo, hallo, hallo. Das ist ein sehr patriotischer Schraubendreher, den wir da gerade gefunden haben. Okay. Dann machen wir jetzt hier erstmal, äh. Wink, 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 wink. Wink, 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 wink. Jetzt würde ich ja lachen, wenn wir gar nicht da durch, genau. Das habe ich mir gedacht, dass wir nämlich gar nicht diese Sequenz haben, sondern direkt da sind. Okay. Okay. Äh. Okay. Locked. Need a key. Okay. Haben wir nicht einen mitgenommen? Aber wir haben es zueinander. Oh. Ja, ist ja okay. Achso, wir müssen ja wahrscheinlich erstmal zurück, das, 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 den Dampf abdrehen, um dann wieder zurück zu gehen, um dann, äh, okay, okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. So, äh. Ja, genau, da wollen wir, ja, und jetzt drehen wir da dran. Tss, tss, tss. Ich bin jetzt hier wieder zurück. Tss. Um, dass wir den Raum erkunden können. Und ich mir wahrscheinlich gleich wieder ins Hemmchen mache. Bis später, Peter. Ah. Ne, okay. Nichts. Was ist das? Ein Pinsel? Okay. Vorschlaghammer. Da ist doch Sledgehammer. Kennst du noch die Serie von damals? Sledgehammer? Mhm. Okay. Wisst ihr noch, wie seine Pistole hieß? Nee. Aber das war auch so ein Monstrum. Na. Magnum. Ich und meine Susi. Oh, dann schlagen wir doch mal die Wand ein. Und gucken, was sich dahinter verbirgt. Irgendwelche Clown-Fleichen oder... Was? Oh, nein, Alter. So ein Gollum, ey. Können wir den... Ach, shit. Ich würde den gerne mitnehmen. Hallo? Wer baut denn sowas schon wieder? Oh, Alter, ey. Oh, Mann. Das ist doch schon wieder so ein dämstlicher Folterkeller. Ich seh doch, komm. Oh, Gott. Doch, dann so eine Lohre oder was? Oh. Wer schmatzt? Oh, da snackt einer. Kannst du dich hinhocken? Oh, dann muss man zensieren den Arsch. Hashtag aber 18. So, wir können doch jetzt hier den Schlüssel nehmen, oder? I can open the box. Schön. Ah, gut, dann... Oh, Gott, wenn ich jetzt wieder zurück renne, dann passiert doch... Du bist noch da, du bist noch am Essen. Okay, cool, 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 cool. Wir gehen zurück und öffnen die Box. Ohne, dass uns jetzt hier irgendwas... Passiert. Oder? Ja, okay, cool. Ja, süße, guck mal. Easy. Easy. Stevie, haben wir easy gerockt. Haben wir... So, und? Äh, Box. Wo ist deine Box? Soll da jetzt drin sein? Weiß ich nicht. Was ist das? Äh, okay. Äh... Das verzittert. Zweigsteigbügel? Äh, ne? Äh, weiß ich nicht. Was ist das? Muss ich jetzt damit irgendwas anderes, äh, aufmachen? Kaputt machen? Was ist, äh, passiert? Da ist nix, nix Schlimmes. Da du, die, die gerade so ein bisschen gemampft hat da hinten in dem Raum, die war kurz hier vorne und ist wieder in ihren Raum da abgedüst. Also hier... Wieder hier lang. Das ist ja geil. Ich bin mal echt gespannt, wenn du mein Videomaterial sichtest, irgendwie. Das heißt ja... Also... Gerade gar nichts bei mir auf dem Bildschirm gewesen. Also, nur der Raum so. Einfach nichts. Okay. Ja, so kann man sich, äh, Horrorspiele auch, äh, hübsch machen, ne? Ja, ich find's auch herrnig, was du dir so hast. Das ist ja eigentlich so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Alles klar. Easy. Oh, tut mir leid, wegen dem ich mich huste. Aber... Das ist wie das. Guck mal da, da ist er wieder am snacken. Ja, ist da der Arschi. Oh, hier kann ich ja nix machen. Also, was, was ist denn jetzt? Hat ich ja nix, was wir überhaupt gefunden haben. Haben wir ein Menü? Muss ich mal so nach zwei Stunden fragen? Also, ich kann... Mit Tab auch nicht? Sonst hat Tab immer Menü in den Games? Nö. Nö stimmt. Nö. Dann gucken wir mal, was wir noch damit machen können. Ähm... Mit diesen ominösen Dingen. Ja, das sah jetzt aus... Wie sah das jetzt aus? Es sah aus wie... Stäbe? Ähm... Äh... So bisschen so wie Henkel oder irgendwas, war? Ja, genau. So, kann ich denn hiermit irgendwas jetzt machen? Kann ich die hier irgendwie... Nee, kann ich nicht. Kann ich hier wieder zu holen? Warte mal, kannst du die Kette damit aufhebeln? Mit Leiter? Wieso kann ich die Leiter mitnehmen? Nee, die Kette habe ich schon ausprobiert. Also, hier... Die... Die... Hier habe ich schon... Also, ich bin eigentlich quasi nur ans Tor gegangen. Weil an die Kette komme ich direkt gar nicht ran. Also, da... Wenn du... Wenn du jetzt zur Tür wieder hoch gehst, wo wir angefangen haben... Ja. So gehe ich gleich, warte. Mal ganz kurz hier nochmal... Okay, da ist auch nichts. Hä? Muss ich hier ran? Wegen den Sicherungen? Auch nicht. Weil oben war so'n... So'n Boden hier. Irgendwie so'n doppelter. Vielleicht kommt man da noch irgendwie... Mit der Leiter irgendwie... Weiter? Kommt man mit der Leiter weiter? Nee, auch nicht. Auch nicht. Hm, Kette. Ein paar Fuses? Was können wir denn jetzt mit der Leiter machen? Und vor allen Dingen mit den anderen Gegenständen. Wer bringt ihn auch mit den Sicherungskasten an? Ah, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du... Who knows? Okay, hier ist auch nix. Hier ist ja auch nix. Also, es muss ja dann hier drin sein, oder? Oder bin ich... Sind wir... sind wir blöd? Äh, ja. Okay, ja gut. Völlig los wie du's vom Progress jetzt hier im Spiel? Ja, sind wir. Können wir hier die Loh irgendwie wegziehen? Ach, guck mal. Hier. Und da... Diese Dinger rein, ja. Ja, 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 ja. Verstehe, verstehe, verstehe. So. Fake it. Oh, wir sind richtig hochgeklettert. Die eine Stufe. Ich bin schon aufregender. Extra diese... What? What? Genau. Einfach nur die Griffe. Einfach nur... warum? Tell me why... Ain't nothing... That way... Operator. Operator. Don't get caught by Phil. Okay. Lass sich nicht verfillerwischen. Ja, das ist ja eins meiner leichtesten Übungen hier. Nicht. Sneaking Benny. Äh, irgendwie komm ich jetzt hier, äh... Ich hab auch keine Taschenlampe, kein nichts. Okay. Cool, cool. Toll. Und... Wie soll ich jetzt hier... Oh, 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 oh. Wie ich drauf zeige. You need to take a flashlight with us. Oh, wir hören. Wir hören doch. Hello. Aber das ist jetzt schon wirklich... Das ist jetzt fies recycelt, muss ich sagen. Take the bell in the phone booth to save the progress of the game. Okay. Warum? Jut, jetzt haben wir... Jetzt haben wir gesaved. Und ich soll jetzt... Wo... Wo ist jetzt meine To-Do? Also klar, wir müssen uns jetzt vor Phil in... in Acht nehmen. Du darfst dich nicht von ihm greifen lassen. Ja, das ist es. Du darfst jetzt die ganze Aufhabe. Aber du musst ja irgendwo hin, wahrscheinlich. Ich glaube, wir nehmen uns erstmal hier einen Drink. Ja, genau. Erstmal eine schöne... I need a coin. Okay. Coin. Also so hide and seek... Kriege ich hier halbwegs hin. So ein bisschen. Hier kann ich nicht rein, okay. Hallo Phil! Ja, du läufst da hinten, ne? Du bist... Du bist jetzt beschäftigt. Kann ich hier einfach rein? Nein? Kann ich hier rein? Nein? Kann ich hier rein? Nein? Aber da kommen wir noch nicht hin, ne? Zu Wackeldackel? Ne. Da kommen wir noch nicht hin. Ist die Frage, haben wir hier irgendwo eine Coin? Hier haben wir keine Coin. Wo ist er? Er ist hinten. Okay, cool. Cool, 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 cool. Haben wir hier irgendwo Coins? Nein. Hier haben wir aber Raketen. Können wir die abfeuern? Silvester! Haben wir was zum Abfeuern? Ne, leider nicht. Aber da haben wir... Da haben wir Phil. Ich weiß, dass es einmal war... Loy. Genau hier auch irgendwas gewesen. Coin. Ja, okay. Also wenn sie recycelt haben, dann haben wir hier doch irgendwo... Achso, hier gibt es die Toon Roof. Ah cool, können wir ja zwischenspeichern. Das ist echt krass, Alter. Das Bild ist im Stream für mich flüssiger als über Parsec. Okay. Okay. Ja, wir fahren. Guck jetzt, guck jetzt, du bist schon netter. Ja, ist zwar nur leicht zeitversetzt, aber ist okay. Alles mir egal. Okay, hier ist nichts weiter. So, hier haben wir auch alles durch. Okay, dann können wir ja hier rüber. Das war das letzte Mal ja so der Fall. Also daran kann ich mich ja noch erinnern an diese ganze... Hide and Seek Sache. Warte. Na ja, kann ich... Einigermaßen auch damit... What zur Hölle? Achso, wir müssen anscheinend an irgendeine Ahnung überdieten oder irgendwas. Eine Coin-Maschine. Ja, jetzt ist die Frage, wo... Hier ist jetzt nichts weiter. Er ist jetzt fleißig dahinten. Jetzt ist die Frage, muss ich mich jetzt hier vor ihm verstecken? Warte mal, er ist da beim Zirkus vielleicht drin. Warum zeige ich denn da drauf? Wo ist er? Benni, ich hab doch gerade hingezeigt. Ja, du... Das habe ich... Genau gesehen. Irgendwie... Ist das eine Kasse oder was? Ich geh mal jetzt auch rein. Das sieht gut aus. There is not enough details. Okay, also wir müssen anscheinend noch den Hebel dafür finden. Okay. Okay, er ist hier noch am... Am... Am machen. Kann ich hier auch... Nee, kann ich nicht. Kann ich... Nee, kann ich nicht. Hier hatten wir das eine Mal was. Nee, das ist auch nichts. Oh, warte. Jetzt muss ich mal kurz wegrennen. Ja. Mach du mal. In der Ecke hat er mich letztes Mal auch gebastelt. Ja, komm mal mit. Icy Ice Cream. Die waren auch hier irgendwo mal gewesen. Die waren Sicherungskasten oder und so weiter. In der Ecke. Genau. Wo ist er hin? Mach da hin. Okay, also er ist erstmal wieder weg. Er ist jetzt nicht mehr... Geil auf uns. Aber ich geh von aus, dass wir... Wir müssen wahrscheinlich genau da hin. Da wo er jetzt gerade rumstolziert. Ja, weil da war ich jetzt noch nicht gewesen. Bei diesen... Bei den Dingern, um irgendwas zu finden. Hier da genau da hinten, wo er lang läuft. Mal probieren. Ja, okay. Ja, okay, okay, okay. Wie gesagt, Titan Sieg, das krieg ich ja halbwegs hin, ne? Also das geht ja bei mir einigermaßen. Bei den Dingern. Ist hier irgendwo was drin. Ah, jetzt kommt er wieder da hinten. Gucken wir mal, ob er mich ignoriert oder ob er jetzt richtig... Na, okay. Das ist nicht geil. Aber hier ist nix drin. Oh, oh, oh. He's here, he's here, he's here with nothing. Hm. Kann er mal aufhören, seine Richtung so zu ändern? Aber hier ist auch nix drin. Okay, habe ich hier noch was, was ich übersehen habe? Zirkus. No, 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 no. No. Okay, nee. Ja, dann habe ich jetzt keine Idee mehr. So, außer auf den Bänken. Kannst du bei dem Riesenrad zum Beispiel hochgehen? Hochgehen? Naja, die Treppe hoch irgendwie. Wenn jetzt ein Wagen vorbeikommt, ob eventuell irgendwas im Wagen drin ist. Mal ausprobieren, mal gucken, ob der Clown jetzt geil auf uns ist. Noch nicht, aber gleich wahrscheinlich. Sieht aber erstmal... Wo ist er denn? Hallo. Tschüss. Äh, ja, es ist, äh, 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 ja. Kann mal gucken, aber es sieht erstmal wagentechnisch. Also ich kann auch, glaub ich, da nicht eintreten. Mann, ey, verpiss dich doch jetzt mal. Steht doch noch weiter, oder? Ja. Ach, Schwein! Wenn ich muss ich ihn gleich triggern und muss mal kurz wie so ein kleines Mädchen wegrennen. Kannst du dich mitz mal? Hallo! Verdünnisier dich! Weil hier komm ich... Kannst du jetzt nicht rechts an ihm vorbeilaufen? Also relativ weit rechts am Rand? Wenn du jetzt zu ihm schaust. Wie, relativ rechts. Naja, quasi hinter dem Weg schon wieder zeige. Können dir jetzt hier vorbeirinnen. Aber wir können ja erstmal die Coin einsetzen, ich bin doch dumm. Wir haben eine Coin gefunden, vielleicht schmeckt er uns ja jetzt genau. So was aus. Schöne erstmal eine Orange. Na, ist ja klar. Ist ja das, was man erwartet. It's time to go play on the Slot Machine. Okay. Cool, 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 cool. Foolsteam Slot Machine! Yeah! Das ist nur die Frage, wie kriege ich ihn jetzt getriggert? Dass er da hinten weg geht. Deswegen sag ich ja, versuch mal hinter den Schaukeln lang zu laufen. Also ganz nach rechts. Irgendwie zu gehen. Ah, es wird nix. Er hätt schon geil auf mich. Also maximal bin ich schneller als er. Was ich hoffe. Ohne, dass er in der Abkürzung läuft. Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Ah, es sieht nicht gut aus. Wait a second. Vielleicht Cutscene? I don't know. Nochmal Cutscene? I don't know. Okay, was war das? Haben wir was gewonnen? Was? Kannst du nochmal ziehen? Ja, kann ich. Also auf jeden Fall ist er wieder weggerufen. Ganz gut. Yeah! Hier ist der Key. Für? Now I can open the locked door in the basement. It's time to go back. Oh leid, jetzt muss ich wieder zurück zu dir. Wo ist denn der Clown? Der Clown ist jetzt hinten am Dach. Clowny Clown! Okay. Okay, Clowny Clown. Okay. I try my best. So, okay, okay, okay. Wir gehen jetzt hier hinten. Hier hinten lang. Wir müssen dann wieder da hinten und dann durch unseren... Nein! Nein! Du findest mich aber auch heute hübsch, ne? Also... Ist nicht schön. Wenn die wir alle finden, nicht hübsch. Das weiß ich nicht. War der Clown auch schon vorhin da? Der da? So, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ihr Lieben, falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ruhig ein kleines Follower da. Wir würden uns sehr drüber freuen. Ja, ja. You got it? Ich glaub, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Wo ist denn... Ah! Fuck you! War ja... Ist ja... Toll, 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 toll. Alter... Ach guck mal, wir hatten sie jetzt hier eingebaut. Nein, die kleine Maschkatze hat sie hier eingebaut. Wunderbar. Guck mal, wer uns noch eingebaut hat. Ach, guck mal. Ja, da ist jemand schnell mit Hammer und Nagel unterwegs gewesen. What the fuck? What the shit? Geh weg da! Ich weiß nicht, ich drück alles. Ich hab keine Ahnung, was ich machen kann. Was ist das? Ja, was ist jetzt meine To-Do? Kannst du den Luftballon kaputt machen? Ne, irgendwas? Nochmal, los! Was ist das kaputt? Ey, das ist kaputt. Folgst du mich noch? Nö, okay. Kann ich jetzt hier eigentlich auch durch? Oh, leck mich doch! Das mit dem Ballon war, glaub ich, der richtige Clou. Ich hab mich grad die ganze Zeit da drauf gedrückt, wie so... Nix gemacht, nix! Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Was haben wir jetzt eigentlich überhaupt gefunden? Was waren denn? Wir haben Schlüsse gefunden für das Basement. Ja, purer Stress. Da saßte was. Da saßte was. Oh, guck mal hier. So. Deine Freundin. Oh, der Weinkeller. Schön. Ja, ist hier. Guck mal. Alkohol. Ist der Sanity da in der Note. Alkohol. Mein Mann hat sich grade heimgeschlichen. Das dunkle Arbeitszimmer geschlichen. Irgendwie hat nix gehört. Mein Headset ist gut. Ich bin dezenter schocken. Das ist fies. Das ist richtig fies. Das ist wirklich gemein. Also. Horror. Gucken. Und dann so. Aber hab ich mit meiner Frau schon mal gemacht. Aber ich hab dann richtig eine dezent gepfeffert bekommen. Aber zu Recht. Muss aber auch sagen. So geil, wenn halt so ein Prank da hinten los geht so. So. Was macht er jetzt hier? Äh. Achso. Achso. Und wir kommen auch nicht mehr zurück. Ist ja wunderbar. Ich hoffe, dass dieser Key. Vielleicht auch nicht. Auch hier reinpasst. Yes. Wir haben noch einen Keyfuß gefunden. Dafür haben wir hier einen geilen Locos. Locos. Schön. Na denn. Greifen wir uns ein bisschen locker, locker. Das ist ein Aufsteller. Das ist aber geil. Achso. Smoky Bacon. Oh. Mmh. Lecker. Greif dir mal das Glas Nutti da hinten. Das Nutti-Glas? Okay. Ah. So ein bisschen Nutti-Nutti. Übrigens kamen letztens Hellen hier. Robin Hood, Hellen und Strumpfhosen. Okay. Mit. Hast du den schon mal gesehen? Äh. Ich glaub ja. Aber schon sehr lange her. Sheriff Nuttingham. Achso. Die Hexe. Nutti-Nutti-Nutti. Ach. Herrlich. Das ist so dermaßen niveauloser Humor. Steht drauf. Ist das ein bisschen stumpf? Ja, kenn ich. Kann ich nachvollziehen? Äh. Gefä... Oh. Ja. Nee. Ja. Johnson. Komm dann. Los, Peter. Was geht ab, Alter? Ich helfe dir aus. Ich weiß nicht, ob wir jetzt selber nicht gleich hier gefangen werden. Wir nehmen erst mal den Cowboyhut, oder? Ich bin ein verdammter Cowboy. Pidi. Pidi. Das ist natürlich klar. Wir haben natürlich keinen Schlüssel dafür. Sag mal. Wir haben noch grad das Ding hier aufgemacht. Also... Also... Nee. Haben wir denn hier irgendwas anderes noch? Warte mal. Äh. Schau mal rechts. Und nach oben. Kopfhöhe. Ah. Da. Ja. Let's take the keys. Das ist nicht der richtige. Pass auf. Doch, 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 doch. So. Komm mal raus. Jonathan, I found the boy, Peter. You was alone in that room. Peter told me that there were two more children. I couldn't find them. I couldn't find them. I couldn't find JJ. Phil. I found information about... Where you found them. Maybe I should try again. I'm sure I can't find them. Okay. Peter, Kinder? Warum müssen wir denn... Also... Nochmal... Zwei... Jetzt weitere? Kann ich mir nicht vorstellen. Traitor, right now. It's not necessary. We are... At an pace again. Phil is not as simple as it seems. I have a suspicion that. Otherwise, let's leave it for now. We are starting the next system startup. Okay. Some place never let go. Some place never let go. Und wir starten wieder als Vieh. Was echt tatsächlich sehr interessant ist irgendwie. Weil ich habe ein Spiel am Start. Was tatsächlich so ein bisschen an John Van Gacy angelehnt ist. Und auch dieselbe... Wie sagt man? In denselben Wohnungsschnitt hat. Okay. Ihr werdet es noch sehen. Auf YouTube. Im Video. Flop. Im Video. Flop. 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 Okay. I'm starting to remember what you did. Okay. Tatsächlich sind wir jetzt der Clown. Wir sind der Phil. Ja und die Wohnung sieht auch wieder... Normal aus. Wir haben wieder ganz normale Bilder. Wir haben hier... Das haben wir schon gelesen. Neue Zeitung. Oder eigentlich die gleiche Zeitung. Okay, warte mal. Jetzt haben wir hier erstmal wieder unsere... Verarschen. Gleich ist jetzt im Anschluss harte Hämmer der F-Taste, alter. Und ich kann auch wieder, weißt du, Sprint-Modus. Ja wir sind ja ein fetter Clown, alter. Wir können halt nicht rennen. Für den Lohr. Dieser Spaziergänger. Hey. 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 My order. Der ist ja gut. Ey, der Lieferservice, der... Moment mal, warte mal. Er kriegt... Phil. Also... What I'm doing is not real. There is no time machine. But where is the reality. And which... Whichever is happy. Warte mal. Ehh. Ah okay. Das Bild ist auch toll. Einfach die... It's a red moon. Clowns-Maske. Also... Nose. Eine war... Ein roter Mond. Rudolf the Red Nose... ...Right here. Nananana... Ich bringe Freunde für ihn und er hat viel tolle Essen. Hehehehe. I want to be a real father to him. You shouldn't have felt bad. And he was happy. I didn't everything for this. The other kids were misbehaving. And I had to calm them down. I don't understand why they call me a maniac. Kids love clowns. Oh, you know. You've been silent for 20 years and you still think you're innocent. Show me where the children's bodies are hidden. Wir sollen, was? Naja, wir sollen jetzt einfach zeigen, wo die, wo die zwei anderen Kinderkörper liegen. Okay. Fuck you. Ich habe ja keine Taschenlampe. Die ganze Zeit schon wieder öffnen. Ich sehe nix. Ich sehe hier nur irgendwelche Mannequins und But we have reached an impasse again. Starting another reboot of the systems. Wie, fangen wir da von vorne an? Phil, I had to fix it. I'll tell you everything. Okay. Den, erzähl ma. Phil, mach ma. Defendant Phil Harris Was sentenced to death by electric chair For the Abducation and murder of two children. Okay, er wurde zu... Ja, okay, okay. Zu tote verurteilt. Auf dem elektrischen Stuhl. He moved the bodies many times, trying to hide them. Eventually, they were found on the territory of the house. Harris buried them in the place where the van was standing. The third child was saved. During the investigation, the pilot project Golden Egg was involved. Thanks to him, we got recognition from Harris. In the Golden Egg, we discovered that Phil Harris suffers from multiple personality disorder. His mind divided into two different people. Ja, in den scheiß Clown und... Keine Ahnung, normal. The depressed Phil who withdrew into himself, thinking that he could... He could prevent the death of his family and the dominant personality of the Clown who had not manifested himself since childhood. Okay. Since the Clown controlled him in a real life, I think the real Phil helped Jonathan find the place where the children will hide. Okay, so he had unconsciously shown him where the children are hidden. He couldn't fix his mistakes, but he had to help those families. Okay. Was jetzt? Was? Also wir haben ja jetzt alles... Okay. Mein Lieben, das war Father's Day. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da irgendwie. Wenn ihr wollt, abonniert gerne den Kanal, helft dem Kanal zu wachsen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Und bis dahin, macht's nicht gut, sondern macht's besser. Wie irgendjemand auf YouTube sagen würde. Ciao. Ciao. Hashtag ab 18. Oh. Jonathan, du findest Sergeant Henry, was du tun hast? Okay, Chad, wir sind noch nicht durch. Du hast es nicht von dem System verhörtert. Du wirst es finden, um die Polizei zu erzählen. Nein! Epilog! I'm in this place again. Was? So, wir sind der Polizist, der niedergeknüppelt wurde da vor 20 Jahren. Hm. Okay. Warum spüren wir denn jetzt so wach? Was ist denn das jetzt? Ich dachte, wir sind durch. Denk dran, Imika hatte uns schon mal so gekriegt. Aber das wird jetzt natürlich tatsächlich, ich geh mal von aus, jetzt wirklich der Epilog sein. Von was denn? Weil du weißt, wir haben schon mal ein Epilog gespielt, wo er dachte, oh, der Epilog, da war das. Die Temo davon nochmal, wie die sind, reingeklatscht hatten. Und das sieht schon echt scheiße aus da irgendwie. Ey, Chad, schreib doch mal rein, wer das nächste Game von Imika Games spielen soll. Ich wäre dafür, dass Steven spielt, wenn Manikens mit am Start sind. Wer ist dabei? Oh, warte mal, falsche Richtung. Benni hat mich gespiegelt. Also die Richtung. Ja. Nee, also... Ah, schön. Schon Richtung Steven. Nichts, Tate, bye? Ja. Ähm, ja, okay. Nein. Wer? Hatt ich das jetzt gerade? Nee, nee. Und jemand anders hinter dir. Okay, kann ich jetzt hier... Ja, okay. Hier, oh... Oh Gott, oh Gott, die Kassiererin. Ja, die hat ein nettes Oberteil. Hm. Wahrscheinlich müssen wir die Glöckchen jetzt in der Telefonzentrale hinstellen. Okay. Fünf Cent. Oh, what, wie, what, wie? Oh, okay. Ich muss mich wieder nochmal hinsetzen. Ich bin immer weiter vom Mikro weggegangen. Alles so finster. Wäre ja schon fair, wenn Steven jetzt immer das... Mutti, wie soll denn? Mutti, Mutti. Ja, genau. Bin ich ja bei dir. Ach, guck mal, Chuchu. Oh, no. Ach, das ist ja nett, ne? Bader war nur zum Anschneiden. Witz mal, fetzig wurde da drin oder was? Schau. Okay, hier, hier komm... Hier, hier geht's nicht. Hier geht's nicht weiter. Guck mal dem freudigen Weinen nach. Geht nicht. Wir gehen einfach mal hier lang. Mh, da wird die Musik gleich ganz anders. Toll. Alter, ich bin auch dafür. Würde gerne mal wieder Stevies hohe Stimme hören. Tja, Stevie, da... Du hast jetzt auch... Ach, toll. Auch einen besseren Rechner. Ne, da kannst du jetzt auch mal ein bisschen leiden. Na, aber eins kann ich versprechen. Dann suche ich richtig übel Dinge raus. Wenn ihr kleidet, müsst ihr auch mitleiden. Höhöhöhöh. Ah? Ah! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wunsch, wir sind von der U-Bahn, Alter. Ich will mich nicht umdrehen. Was war das? Okay, ich dachte, da guck mich gerade jemand an. Oh shit. Alter. Geh mich hier durch? Nope. Nope. Alles gut bei dir? Alles, alles... Nee? Kannst du dir die Fahrkarte nehmen? Hab ich auch schon versucht, aber... Und ich geh wieder zurück. Wo ist der denn? Na, so die Puppe wird's wahrscheinlich... Wird ihn jetzt symbolisieren. Aber welche? Na, die da weinend am Boden kniet. Okay. Aber ich... Kann doch jetzt nix machen hier. You're mine forever now. Hahaha.